Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Aktuell gibt es ja viele Transfergerüchte rund um Schalke, mögliche Abgänge, mögliche neue Spieler. Windheim ist ja schon da und nun steht laut einem Transfermarkt-Insider Marcel Wenig kurz vor einem Wechsel zu Schalke. So die wahre Aussage. Also wirklich der Wechsel soll kurz bevorstehen. Der 17-jährige Offensive-Mittelfeldspieler spielt aktuell noch in Bayerns U19. Sein Vertrag läuft allerdings im Sommer aus, sprich er würde dann eben in einem guten halben Jahr Ablöse freikommen. Und somit würde der Wechsel auch erst für den Sommer in Frage kommen. Andere Quellen berichten hingegen von starkem Interesse von Frankfurt und Dortmund. Das hat man jetzt auch schon seit etwas längerem gehört, aber nun hat sich wohl auch Schalke eingemischt und möchte Marcel Wenig zu sich holen. Also 17 Jahre jung, 1,88 Meter groß, Offensive-Mittelfeldspieler kann auch auf der Acht spielen. Und somit natürlich erstmal ein spannendes Talent. Viel mehr kann man sicherlich nicht dazu sagen. Was aber Fakt ist, dass eben das Bayern-Talent eine Vertragslängerung bei den Münchnern schon abgelehnt hat. Damit ist ein Wechsel durchaus wahrscheinlich. Favorit war bislang Eintracht Frankfurt. Der BVB hatte Außenseiterchancen und nun mischt sich wohl auch Uwe Schröder und Schalke 04 ein. Auf jeden Fall wäre er sicherlich ein sehr, sehr spannender junger Spieler. In der Regionalliga Bayern von der U19 hat er bislang von vier möglichen Spielen drei gemacht, ein Tor auch selber erzielt. Natürlich ist das alles jetzt wenig aussagekräftig, aber ich meine als gebürtiger Nürnberger kennt man ja auch den FC Schalke 04 und somit wird das sicherlich passen. Ich finde ihn als Spielertypen spannend. Habe ihn in der Saison vorbereitet und der Bayern auch schon gesehen, da durfte er gegen Gladbach unter anderem ran. Also er ist schon gut am Ball, er ist technisch stark, natürlich aber auch er ist 17 Jahre jung, somit ein spannender junger Spieler, ein spannendes junger Talent. Was wir uns da vielleicht schnappen, zumindest laut einem Transfermarkt-Insider. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Eure Meinung zu einem möglichen Marcel wenig Transfer? Gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.